Herzlich Willkommen in Wandsdorf. Ja, auf dieser tollen Terrasse mit der im letzten Jahr als fertiggestellten Terrassenüberdachung aus Aluminium kann man seinen Kaffee zu jedem Wetter, bei jedem Wetter genießen oder auch abends ein Bierchen und ein Glas Wein bringen. Was gibt es Schöneres als an einem kalten Wintertag hier in der Sauna bei einem Aufgut zu relaxen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.